Übrigens, wenn, äh, japanische Einheiten infiziert werden, die in der Lage sind, sich zu verwandeln, also umzuwandeln, ähm, werden, sind sie nicht mehr in der Lage zu transformieren. Falls ihr es nicht wusstet. Ja, schön, du hast meine Waffenfabrik entdeckt. Und jetzt? Was würdest du dagegen jetzt machen? Hm? Kleiner? Hm? Ja, alles gut. Solange er nicht sagt, alles ist gut. Ja, umkehren solltest du natürlich nicht. Entweder du ziehst durch oder du lässt es ganz, Freundchen. Aber erst andeuten und dann nicht und, nee, das ist nicht die richtige Richtung. Gut, also das mit unserem Doge, mit unserer Mech-Plattform hat überraschend gut geklappt, muss ich sagen. Wirklich, muss ich wirklich sagen. Hat wirklich gut geklappt. Ich werde aber die Basis nicht zerstören, beziehungsweise, äh, jedenfalls nicht, äh, den Bauhof. Den werde ich stehen lassen, den will ich nämlich erobern. Statt sich seine Basis zu vernichten, werde ich sie nämlich langsam übernehmen. Ganz langsam. Ja, habe ich mir gedacht, dass du das sagst. Könnt ihr mal bitte den Flugplatz zerlegen? Er braucht keine Flugzeuge mehr. Ja, habe ich gehört. Sehr gut. Na, Freunde, wie geht's? Grabt euch ein. Okay, der Grinder kommt trotzdem dran. Interessant. Man lernt ja nie aus, Freunde, ne? Dann kehren wir mal zurück. Ah, wir können die Rocket Angels bauen, das ist gut. Ja, genieß mal deine letzten Stunden mit deiner Luftwaffe. Du wirst sie bald nicht mehr haben. Kleiner Mann. Hehehehe. Gut, ich werde nochmal acht Seawings plus zwei Shogun-Schlachtschiffe ausbilden. Der Raffinerie-Kern ist fertig, das ist gut. Ja, ich weiß, ich kriege bald kein Geld mehr. Ich weiß. Ist mir schon bewusst. So, und wenn wir hier mal einen Ingenieur bauen. Schleichfahrt. Die müssten eigentlich nur diese blöde Waffenfabrik wegkriegen, dann ist er so gut wie wehrlos. Aber die erstmal erwischen, das ist das Problem. Vor allen Dingen, er baut ja immer fleißig weiter. Hm, genau das meine ich nämlich. Solange er seine blöden Grinder ohne Ende spammt. Ich weiß auch nicht, was er an denen so toll findet. Das ist das letzte Scheißfahrzeug. Eine Erzene ist ausgebunden. Eine Einheit ist angegessen. Na? Ja, war klar. Eine Einheit ist infiziert. Er liebt die Terror-Drohnen. Er liebt die Terror-Drohnen. Warum auch immer. Es ist mir komplett schleierhaft, warum er auf die so steht. Aber er steht auf sie. Kannst du das Ding angreifen? Das ist gut. Das wäre natürlich der Idealfall. Wenn die schon wünschen, müssten sie eigentlich... Müssten rein... Die müssten eigentlich rankommen. Rein theoretisch. So, dann fahrt ihr nochmal dahin. Jo! Sauber auseinander gepflückt. Kommt ihr an die Waffenfabrik ran? Ja, sie kommen ran. Sehr gut. Wunderbar. Wenn wir die nämlich haben, sollten sie rankommen. Nehmen wir das hier. Gut, dann brauche ich die ja gar nicht mehr. Ich wollte gerade sagen, er hat doch bestimmt noch genügend Mittel, um sich zu verteidigen. Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass er nichts mehr hat. Das wäre mir echt neu. So, wir bauen schon mal ordentlich Striker. Jetzt sagt mir nicht, er hat nichts mehr. Wird mir jetzt nicht... Hat er ernsthaft alles verbrannt? Echt? Ja gut, wenn das so ist. Ich nehme seine Gebäude gerne. Und seine Kapitulation. So ist es ja nicht. Hat er echt nichts mehr? Danke! Gut, dann bauen wir einmal die Kaserne wieder auf. Ja, ist klar, dass sie leer sind. Das ist mir durchaus klar. So, und dann bauen wir erstmal kräftig Feldingenieure. 8, 9, 10. Warte mal. 8, 9, 10, 11. 11 brauchen wir. 12. Ja gut, dann haben wir ja den Widerstand der Sowjets, beziehungsweise von Ollik, gebrochen. Soweit. Das ist ja schon mal ganz gut. Ja, ist mir klar, dass die Minen erschöpft sind. Das macht aber nichts. Das ist nicht schlimm. Währenddessen kann die schon mal an Land gehen, da er ja jetzt keine Truppen mehr hat. Jedenfalls keine Bodentruppen. Er hat nur noch seine Mixta rumkreisen. So, ihr könnt vorrücken. Da haben wir ihn tatsächlich truppentechnisch komplett ausgeblutet. Finde ich gut. So, ihr schnappt euch erstmal die Tesla-Reaktoren. Wie angegriffen. Und was? Zerstört mal bitte die Tesla-Spule. So, schnappt ihr schon mal den Super-Reaktor? Wir bauen währenddessen schon mal... Ach nee, brauche ich ja gar nicht. Stimmt ja. Wobei die Tesla-Dings nämlich weg ist. Können wir da nämlich einrücken. Dann erobern mal, Herr Professor. Soviel zu deiner MiG. Gut, die haben wir damit auch. Achso, die greifen die Abwehrsysteme an. Ja, das ist in Ordnung. Können sie gerne machen. So, nein, ich würde jetzt gerne erstmal eine russische Waffelfabrik bauen. Dafür brauche ich aber eine Erzraffinerie. Okay. Ja, Feld-Ingenieur. Zack. Dann erobern die nochmal. So, dann werden wir jetzt mal Waffen-Fabrik bauen. So. Lass dich bitte nicht von den Schokun-Schlachtschiffen töten, wenn's geht. Danke. Schon wieder benutze ich die Taktik des Eroberns. Unterbrochen. Wird gebaut. Unzureichende Mittel. So ist das. Du kannst da reingehen. Der letzte Ingenieur kümmert sich dann quasi... Ich muss noch was sagen. Den hätte ich mir eigentlich sparen können. Sehe ich gerade. Ich hab dich verzählt. Naja, gut. Passiert. Dann erobern das Ding da. Soviel dazu. Das war deine Energie. Tengus. Zerstört mal die Flak da. Die stürzt nicht ab. Interessant. Ach komm, Tengus. Erlöst mal unseren Gegner von seinem Leid. Jetzt wird gesammelt. So. Wir müssen ihn ja nicht unnötig quälen. Das muss nicht sein. So. MBS. Ja, das habe ich mir gedacht, dass sie ausgebeutet ist. Ist aber okay. Ihr habt eure Missionen hervorragend gemeistert, Jungs und Mädels. Falls Mädels überhaupt vorhanden sind, das weiß ich nicht. So, die werden schon mal geschützt. 24, das ist okay. Ich war frühe Professor. Ich war frühe Professor. Tja, ja. Der Panzer der Platte upgrade autorisiert. Bereitet die Arena vor. Können wir eigentlich auch... Ja. Der eiserne Vorhang ist übrigens teurer hier. Habe ich gerade mal gemerkt. Wir brauchen das Kriegslabor. Ja, und das ist auch noch recht teuer, das Kriegslabor. Leider. Aber trotzdem bauen wir das mal. Ja, wir haben ziemlich hohe Ausgaben gerade. Das stimmt. Das ist wohl wahr. So. Die Shogun-Schlachtschiffe können sich zurückbegeben. Genauso wie ihr Begleitschutz. Die Sea Wings. Werden sie wie hier sicherlich noch ein anderer Front brauchen. Könnte ich mir vorstellen. Äh, Jungs. Lasst euch mal bitte reparieren. Von den sowjetischen Dronen. Ja, die letzte Mission ist ein bisschen intensiver. Das ist richtig. Aber ich muss tatsächlich sagen, ich war auch sehr überrascht darüber, dass die zweite Mission so schnell über die Bühne ging. Muss ich wirklich sagen. Hätte ich nicht gedacht. Und wir müssen außerdem auch nochmal einen neuen Superreaktor bauen, damit wir den nämlich auch verkaufen können. Weil Verkauf zählt nämlich genauso wie Zerstörung. Das ist nämlich das Gute. Gut. Marine ist bereit. Die haben sich koordiniert. Sehr schön. Unsere japanische Marine. Ja, ich weiß. Das Geld kommt mir leider sehr langsam rein. Das ist mir leider bewusst. Schmerzlich bewusst auch. Aber Hauptsache, es kommt überhaupt was rein. Abwehrdrohnen bereit. Unterbrochen. Ziel wählen. So. Meine Lieblinge. Genau, ihr seid mein Strike-Team. Weil ich denke mal, die Alliierten werden auch nur angeschissen kommen. Höchstwahrscheinlich. Werden sie auch. Garantiert. Ich weiß zwar nicht, warum ich jetzt erst den eisernen Vorhang baue. Ich hätte auch genauso gut direkt die Vakuum-Bombe bauen können. Aber naja, gut. Ist jetzt halt so. Wie sieht's mit unserer Energie? Pfff. Ja, liegt bestimmt hier ran. Gut. Dann ist das schon mal fertig. Das MBF ist auch gleich einsatzfähig. Das ist sehr schön. Das Kriegslabor sollte auch bald bereit sein. Das ist wunderbar. Danach werden wir nämlich schon mal den Super-Reaktor Nummer 2 veranlassen. Ja, ich gebe viel Geld aus. Ich weiß. Einmal shoppen mit Lars. Wisst ihr Bescheid? Ja, erschöpft. Erschöpft. Wie sieht's hier aus? Auch erschöpft. Klar, dass das nicht sehr viel Geld bringt. Leider gibt's hier keine Ölquellen. Die das ein bisschen verbessern könnten. Na, kommt schon. Jawohl, sehr gut. Kann ich den Opfern? Nö, kann ich nicht. Gibt's hier irgendwas, was repariert werden muss? Auch nicht. Vielleicht hier die Raffinerie oder was? Nö. Alles okay. Ja, gut. Okay, dann warten wir jetzt, bis das MBF da ist. Dann werden wir das Ding nämlich verkaufen. Das bringt nämlich auch nochmal gut Kohle. Zwar nicht so viel wie früher. Ich weiß gar nicht. Bringt das noch 2.000? Nee, kann gar nicht sein. Ich glaube, so teuer sind die MBFs hier gar nicht mehr. Doch, 5.000. Okay. Die waren in Tiberium, wo es tatsächlich günstiger ist. Die kosten da 3.500. Darf ich vorstellen, das MBF? Genau. Darf ich vorstellen, das MBF? Da kriege ich ja gleich noch einen Ingenieur, um Gottes Willen. Was soll ich denn mit so vielen Ingenieuren? So, okay. Die Vakuumbombe, die übrigens ebenfalls 5.000 kostet. Die können wir auch schon mal einen Auftrag geben. Ach, der Superreaktor ist fertig. Das ist gut. Ja. 2.500. Ist also nicht geändert worden. Gut. Ungeeigneter Bauplatz. Also ungeeigneter Bauplatz. Bist du los? Wieso ist der Platz ungeeignet? Bau dich da auf. Los. Geht doch. So. Gute russisch Technologie. Äh. Oh. Ich war so doof und hab die Vakuumbombe per Bauhofenauftrag gegeben. Nicht per Baukran. Das ist dämlich. Sorry. Haben sich manche Leute bestimmt schon aufgeregt. Glas, du hast das per Bauhofenauftrag gegeben und nicht per, äh, Bau-Dings, Baukran. Ja. Hab ich, hab ich gemerkt. Danke. Bisschen spät, aber ich hab's gemerkt. Wunderschön, nicht wahr? Ha, 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 ha. Der eiserne Vorhang ist bereit. Das ist sehr gut. Der wird uns sicherlich noch das eine oder andere Mal von Nutzen sein. Nutzen wir ruhig nochmal den Schläferhinterhalter, damit die nicht ganz so umsonst da sind. Wir haben also nur noch eine Mine, die wirklich im Betrieb ist. Loopy. Das ist nicht doll, ne? Das ist wirklich nicht doll. Ja, das hab ich mir schon gedacht. Die greifen schon automatisch die Flakten an. Ist aber okay. Das ist in Ordnung. Können sie gerne machen. So. Ballonbomben nehmen wir gerne. Dann haben wir nämlich beide Angriffsaktionen der Japaner. Das ist sehr gut. Ich warte noch, bis die Vakuum-Bombe fertig ist. Ich denke mal, dann werden wir auch so langsam mal den Super-Reaktor verkaufen. Damit wir dann in die nächste Phase des Gefechts reingehen können. Ihr könnt euch ja alle denken, dass es noch weiter geht. Ne? Ihr habt ja sicherlich zugehört. Ne? Dass der Gegner noch ein paar mehr Vasen hat. Und dass der Alliierte ja auch noch mitmischen will. Unbedingt. Soll er, aber dann braucht er sich nicht wundern, wenn er auf die Fresse kriegt. So einfach ist das. So, und dann werden wir unsere Striker schon mal... Oder beziehungsweise unsere Chopper sind das jetzt, glaube ich. Genau, Chopper. Die bringen wir jetzt mal in Position. Ich werde nochmal speichern. Und dann werden... Achso, ich wollte ja warten, bis die Vakuum-Bombe fertig ist. Genau, bis dato warten wir noch. Das ist ja leider die einzige Superwaffe, die wir nutzen dürfen. Unsere eigenen dürfen wir ja nicht nutzen. Schade eigentlich. Aber naja, gut. Da fällt mir ja gerade was ein, damit die nicht vom Fimmel fallen wie Steine. Sollte ich auch mal ein paar Abwehrdrohnen kriegen. Ich finde, die Abwehrdrohnen sind tatsächlich gar nicht so schlecht. Muss ich wirklich sagen. Das ist quasi so eine Art Instant-Eiserner-Vorhang zum Mitnehmen, hätte ich jetzt fast gesagt. Okay, die Bombe ist gleich bereit. Also, fertiggestellt. Bereit ist sie erst später, in sechs Minuten wahrscheinlich. Ja, sechs Minuten. Gern läuft. Wie jetzt, alle Systeme grüßen. Gut. Ihr verwandelt euch bitte. Und dann vereinigt ihr euch mit euren Leuten. Dann werden wir die Bestellung nochmal hoch korrigieren. Ne? Gut. Dann werde ich jetzt den Superreaktor verkaufen. Tausend. Oh ja. Jetzt bin ich gespannt. Was kommt jetzt? Ja. Feindlicher Stützpunkt entdeckt. Unzureichende Mittel. Ich bewillige Ihnen unsere neustre und mächtigste Waffe. Die E-Gafestung. Zeigen Sie keine Gnade, Commander. Genau wie unsere Feinde. Nur zu gerne. Hahaha. Die Superwaffe der Japaner. Ist verwundbar und muss zerstört werden. Es steht bevor. Dies ist die Rache für unseren Kaiser Yoshiro. Besiegen Sie Kommandant Moskvin, ja. Feindlicher Stützpunkt entdeckt. Hahaha. Feindliches Ziel wird terminiert. Ja. Und gesprochen von einem alten Bekannten. Von Eric. Ja. Von Eric Schäffler. Inizialisiere Reise Sekret. Eric. Alte Socke. Hm. Seht ihr das da? Hm. Sie schon wieder. Sie machen mich so wütend, dass ich noch ein Kriegsverbrechen begehe. Macht auch. Du kriegst dann aber die entsprechende Antwort, Freundchen. Die Zerstörung des Ziels steht beschweren. Denn da, Freunde, werden höchstwahrscheinlich die Alliierten auftauchen. Aber sollen sie, werden sie gleich heiß in Empfang genommen. Hahaha. Die Giga-Festung, ja. Die ist so geil. Die will ich echt nicht als Gegner haben. Weil die ist übel. Die ist so geil. Die ist so geil. Die ist so geil. Rück mal vor. Sie greifen mich an. Sie greifen mich an. Feindliches Ziel wird terminiert. So ein Schwein. Sie greifen mich einfach an. Rücken planmäßig vor. Zerstörung des Ziels steht bevor. Hahaha. Oh, die zippern aber auch rein. Na komm, Alliierter, wo bleibst du? Hast Angst, wa? Kleiner Scheiß, Alter. Du kleiner Kacker, du. Oh, hast du keine Energie mehr? Stell dir vor, jetzt hast du auch gleich kein Geld mehr. So ein Scheiß aber auch. Zerstörung des Ziels steht bevor. Und ihr dachtet schon, der Shogun-Hanker wäre übel? Nein, die Einheiten sind on-tick übler. Ziel wird vernichtet. Ja, Ziel wird vernichtet, im wahrsten Sinne. Zerstörung des Ziels steht bevor. Alter. Greife jetzt an. Aktiviere Fire Sequence. Greife jetzt an. Eieieieiei. Und die hauen da rein, die Jungs. Oh, so muss es auch sein. Die müssen richtig schön reindonnern, sodass es wehtut. Genau so. Ja, aber klar, dass es sich verpieselt hat, Feigling. Na, Alliierter, wo bleibst du? Oder hast du Angst bekommen? Hast ein feuchtes Höschen, wa? Na, ja. Ich glaube, der Alliierter hat ein nasses Höschen bekommen. Oh. Hast du ein nasses Höschen bekommen? Also, ich nehme deine Raffinerin gerne. Eine Einheit wird angegriffen. Territorial-Kontrolle online. Jo. Natürlich. War da was? Richtig. Feindlicher Stützpunkt entdeckt. Also, ich habe da nichts gesehen, ihr? Nähere nicht im Ziel. Ich habe da nichts gesehen, ihr? 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 Vielen Dank.